Ich kann keine Gedanken lesen und nichts vorhersehen, aber ich weiß, dass du, liebes Medium, parapsychologisch hoch erregt bist und mich total telepathiegeil anstarrst. Ich warne dich, tausende Wahrsagerinnen haben mir geistreich einen geblasen und sind in ihrer Glaskugel verschwunden und aber Dutzende schwule Hellseher wurden stark blind, weil ich sie als Blasengel ablehnte. Scheiß der Hund drauf, ich habe die Nase gestrichen voll von schwanzgeile Hirnwixer und sechsbesessene Glaskugelhexen, aber ich, der totale Mentalist, weiß, sage dir, Der Mond ist größer als der Arsch einer Flussverdame und mein Eichelkopf blüht gefährlicher als ein Halloween-Kürbis. Huck, ich habe gesprochen!